Die MX-SR ist ein reinrassiger Kunstflieger, wie er im Original auch im Red Bull Air Race eingesetzt wird. Das Modell von Stauffenbiel aus der Diamond Serie gibt es mit 1,25 m und mit 1,42 m Spannweite. Beide Modelle sind in einer hochwertigen Ausführung in Holzbauweise gefertigt. Der Inhalt des Baukastens der großen Variante wurde in der vorangegangenen Folge bei AirMix bereits vorgestellt. Der größte Bauaufwand ist lediglich das Einkleben der Fließscharniere. Mit der Montage der Ruder ist das meiste auch schon geschafft. Vor dem Einkleben des Höhenleitwerks muss die bereits fertig aufgetragene Folie zur besseren Haftung der Auflageflächen entfernt werden. Die Verbindung der beiden Höhenruderflächen mittels Glasfaser-Vierkantstab stellt eine präzise Lösung dar. Für die Steuermechanik des Seitenruders ist ein Seilzugsystem vorgesehen. Hierfür und auch für alle weiteren Ruder liegen hochwertige Kugelgabelköpfe mit bei. Der Motor Diamond AL5055 mit dem Diamond Smart 80 Regler ist schnell eingebaut. Alles ist in einer beispielhaften Qualität und Passgenauigkeit ausgeführt. Das Modell wiegt jetzt 1900 Gramm. Der 5S-Akku schlägt mit 530 Gramm zu Buche. Damit liegen wir mit 2430 Gramm leicht unter den Angaben des Herstellers. Das Modell ist eigentlich ausgelegt für den schnellen Kunstflug. Also so wie man das vom Red Bull Air Race, wo das Modell herkommt, eigentlich auch kennt. Mit dem Antrieb mit dem AL5055 und dem 80 Ampere Regler, der verbaut ist und einem 6S-Akku, hat man da schon ordentlich Dampf. Das Talken geht so in etwa bei 50% Regleröffnung. Ja, ansonsten ist es ein reinrassiger Kunstflieger und Racer. Insgesamt zeichnet sich das Modell der MX-SR durch eine sehr leichte, aber dennoch stabile Konstruktion aus. Die Bügelfolie sitzt faltenfrei auf dem gesamten Kunstflieger. 40 Ampere fließen bei Vollgas mit 18,5 Volt. Die 3,1 Kilogramm Zugkraft am Boden garantieren einen kraftvollen Steigflug. Ja, ist halt alles in super Leichtbauweise gebaut, das ganze Modell aus Balsa- und Sperrholzkomponenten. Aber in Verbindung mit diesem, wie gesagt, AL5055 und dem 6S-Lipo mit 4000 mAh hat man hier wirklich Leistung ohne Ende. Also in keiner Fluglage irgendwie Probleme. Der fliegt auch mit 5S. Das war sogar die erste Konfiguration, die wir geflogen sind, weil wir erstmal nicht wussten, mit Reglerbelastung und einem. Und das geht auch wunderbar. Da ist das Talken dann etwa mit 75% Regleröffnung möglich. Aber mit 6S macht das natürlich ein bisschen mehr Spaß. Mit der MX-SR in der 1,42m Ausführung erwirbt man ein stattliches Modell, welches dennoch von seinen Abmessungen her sehr transportfreundlich ist. Die Konstruktion in seiner hervorragenden Qualität und Passgenauigkeit kann man als mustergültig bezeichnen. Egal ob mit 5S oder 6S befeuert, lässt die Leistungsfähigkeit beim Kunstflug keinen Zweifel. Das stabile Fahrwerk mit seiner carbonverstärkten Aufnahme macht die MX-SR für jede Piste alltagstauglich. Zubehör wie die Carbon-Ruderhörner oder Kugelgabelköpfe lassen an den Look im Großmodellbau erinnern. Selbst Kleinigkeiten wie der professionelle Kabinenhaubenverschluss lassen die Liebe zur Funktionalität erkennen. Gummischeiben als Unterlage zur Motorhaubenbefestigung haben wir beim Zubehör auch noch nicht erlebt. Gewöhnlich platzt hier bei anderen Bausätzen beim Festschrauben der Lack von der GFK-Haube. Nicht so bei der MX-SR von Stauffenbiel, dank der kleinen Gummipuffer. Ein Tropfen Kleber, der sich als Rückstand im Gewinde, der Fahrwerksaufnahme befand, als Mangel zu bezeichnen, wäre wohl vermessen. Ein M3 Gewindebohrer hat dort sofort für Abhilfe gesorgt. Somit kann man die Diamond MX-SR als absoluten Kauftipp empfehlen. Wir sind gespannt, wohin die Firma Stauffenbiel uns in Bezug auf Qualität und Ausführung von Flugmodellbausätzen noch führen wird. M3 Gewindebohrer hat dort sofort für Abhilfe gesorgt. M3 Gewindebohrer hat dort für Abhilfe gesorgt.